Südwest. Südwest, ja. Und diesmal leise. Und wir gehen erstmal in Deckung. Das ist alles viel zu nah. Hier geradeaus ins Gebüsch rein. Über die Dings drüber. Und runter. Etwas still halten und gucken, ob einer an uns vorbeijuckt. Habe ich Schüsse gehört? Ich habe auch einen gehört, ja. Ich wollte dich schon fragen. Okay. Ja, da ist er wieder drüber gelacht, klar. Bist du das? Ja, rechts hin neben dir. Oh, bitte nicht bewegen. Ich hätte beinahe abgedrückt. Zombie geradezu. Wasser. Hört sich ruhig und friedlich an, oder? Wir versuchen mal, ganz leise zu sein. Sind da nicht Schüsse? Nee, Moment, nicht schnell. Doch. Sag ich doch. Alter Vater. Da haben sie schon Freunde gefunden. Ja. Hinter dir knapp. Gott. Marco? Im Chat. Siehst du den Clou aufflammen? Komm hoch. Ja. Dann nix mehr rein mit dir. Zombie hinter dir. Kommt die Treppe runter. Habe ich gleich. Down. Schnapp dir den Clou. Dabei. Habe ich. Warte. Zombie ist noch vor dir. Down. Hier hinten, Richtung Südost. Ja, ich bin bei dir. Okay. Der Clou war noch unbenutzt, oder? Ja. Tür haben. Da hinten ist eine Schreierin. Ja, die schnapp ich mit der Schal gedämpften. Hunde, ich sehe sie. Ich sehe sie, ich sehe sie. Erstmal die Schreierin. Es sind nur zwei Hunde. Da müssen wir auch hin. Ja, das ist aber schon... Okay, ich probiere die Hunde. Ja. Bleib ein Stück weit hinter dir, falls von hinten... Ach komm. Einer ist da. Der andere kommt nicht an mich ran. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich lade nach, dann lege ich ihn um. Alter, der ist sehr schnell. Ja, der ist richtig schnell. Warte, warte, warte. Okay, Weg ist frei. Ah, der zu Zombie auf der Straße. Da vorne geht's los. Ich gehe hier oben mal auf die Zielsuche. Ich habe ja nicht umsonst eine Sparks dabei. Oh, keine Ausdauer. Mach mal den Zombie auf vorne, Tod. Such dir mal eine Deckung. Habe ich. Ausrichtung 180 Süd. Okay. Grüße, ne? Ja, ja. Der Clou müsste ja in dem Haus drin sein, ne? Eventuell, ja. Soll ich mal über den Zaun springen und mal... Ne, 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 solange da noch sowas ist, ich will wissen, worauf die schießen. Es kann sein, dass da schon die Spinne ist oder sowas. Ich habe vor mir eine Sängerin, ich muss warten, bis die schießen, dann schieße ich auch die Sängerin weg. Dass der Schuss nicht so auffällt. Oh, da vorne sind Raben auf der Straße vor dir, pass auf. Ja, deswegen triggere sie nicht. Komm, lieber zurück. Im ersten leider nicht erwischt. Ah, nee! Oh, ich bin zu nah dran gewesen. Ich habe die Raben getriggert. Ich habe es zu sehen. Ja. Zurück, zurück. Guck mal, in meine Position. Ich muss mal in Deckung gehen. Ah, hier schießen sie wie blöder. Ich sehe kein Mündungsfeuer. Hier ist irgendwo ein Zombie in der Nähe. Scheiße, es sind Hunde. Ah, fuck. Hunde in der Nähe. Was ist hinter dir? Äh, da stehst du ganz schlecht. Links von uns sind Hunde. Ah, hier vorne zum Bauch. Ich. Komm zurück. Du bist viel zu weit vorne. Da vorne ist ein Zombie hochgegangen. Ich weiß nicht, ob der wegen uns getriggert wurde oder wegen denen. Aber mit der Schießerei locken die alles an. Ich weiß nicht, ob das ein feindliches Team ist oder ob die... Ich habe gerade den Batscher, der die Spinne macht. Hier vorne rechts. Also bei den Besten ist auf jeden Fall... ...ein Klufe, wie das heißt. Ja. Ah. Also bei den Klufe, wie das heißt. Also da an der Halle da vorne muss auf jeden Fall irgendwas Großes sein. Hörst du das? Das ist eine Kartoffel. Die Schießerei ist zu Ende. Da haben sich zwei Teams getroffen. Ah. Äh. Wollen wir uns das Ding hier rechts holen, solange die beschäftigt sind? Alles klar. Dann. Das sind mehr als zwei. Okay, die haben den Spider gemacht. Kommst du ran an den Klu? Boah, ich suche gerade, wo der ist. Mhm. Ich gehe den so gar nicht. Das ist witzig. Ah, komisch. Es kommt, es kommt... Ah, es war kein Spieler. Okay, es ist ein Zombie. Ich frage mich zwar, warum der aufgestanden ist, aber... Dann muss ein Spieler in der Nähe sein. Wenn es geht, beeil dich mit dem Klu. Ja, das Problem ist, ich... Ich sehe... Das Problem ist, ich sehe nicht, wo der ist. Hm. Ich kann den nicht sehen. Siehst du den? Wenn ich E drücke, kann ich den nicht sehen. Äh, wenn du den nicht sehen kannst, dann gibt es hier nichts mehr zu sehen. Nee. Nein, nein, nein. Hier gibt es keine Clues mehr. Das war die Spinde gewesen. Okay. Kommt zurück. Ich bin dabei. Wenn nicht, der kommt. Es gibt in Richtung Süden. Zwischen Süd, Südost gibt es ein Clou. Wir müssen also sozusagen in die Richtung, die Jungs umgehen. Ja. Was wir noch machen könnten? War nicht die Hunde hier vorne auch? Ja, ja, ja. Bleib mal stehen. Warte mal, ich überlege gerade. Wenn die fit sind und jetzt den Batscher anfangen zu schießen und ihre Clues da liegen lassen, dann können wir denen die Clues stellen. Das ist auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Verbittert. Verbittert. Na, los. Verbittert. Also müssen wir Richtung 150. Nee. Wir warten erstmal, wenn die Spinne gewanischt ist. Wenn die nicht aufgenommen werden, haben die einfach nur die Spinne gelegt, sind sofort weitergerannt, also haben gewanischt und sofort weitergerannt, machen jetzt den Batscher. Wenn da drüben links, also Richtung Osten, eine Schießerei anfängt, eine Wilde, sind die beim Batscher. Dann rennen wir zur Spinne, holen uns die Cluesen und hauen ab. Dann werden wir es gleich sehen. Ja, wir werden es gleich sehen. Nein, sie holen sich den Bounty. Okay. Weit. Sie werden wahrscheinlich nicht zu uns kommen, aber theoretisch könnten sie auch uns in die Arme laufen. Wir werden mal aufpassen. Ich komme direkt aus dem Süden. Runde getriggert. Die sind da vorne. Ja. Vielleicht können wir ja doch so abpassen. Ich gehe mal ein Stückchen weg von dir, nicht, dass wir uns hier gegenseitig hier. Ich bin links am Baum. Links? Links sind Raben aufgegangen. Links ist ein Pferd, die gehen nach links. Ja, ich höre es. Wir haben ein Pferd erschossen. Gut, dann gucke ich jetzt links von dir. Rechts sind auch Raben aufgegangen. Da kommt was. Okay. Ich gucke Richtung Südosten. Richtung Süden. Okay. Ich sehe Mündungsfeuer. Ja, nicht weiter runter. Ah. Ich kann aber noch nichts erkennen. Scham bei Jagen, die den Bounty hinterher. Alter Vater, da ist richtig was los. Also bei mir ist nichts aktuell. Dann jagen wir jetzt die anderen. Auf geht's rüber. Okay. Am Zaun entlang. Richtung Südost, aber auf der Innenseite des Zauns. Entdeckung. Ja, ich wollte sagen, ich denke an die Hunde. Achtung, rechts von mir war irgendwas gerade eben. Alles gut. Okay, ja, ich sehe es. Okay. Vorsicht. Nicht das Pferd aufschrecken. Richtung dem Turm. In dem Turm ist, glaube ich, auch ein Clou drin. Nee, in dem Haus. Da hinten bellen Hunde. Okay. Immer noch Süden. Ja, und das Pferd erschossen. Da vorne ist ein Ausgang. Irgendwas ist hier gerade links neben uns umgefallen, hinter der Holzscheune. Ja. Die haben die Maschine angemacht. Das ist das. Die haben Lärm gemacht. Die sind im Haus drin. Soll ich auf den Ausgang. Da kommt was über den Matsch gelaufen. Was ist da hinten? Da hinten ist der Holzscheune. Ja. Ja. Geduckt bleiben. Möglichst keinen Zombie umlegen, wenn es geht. Einfach wobei schnicken. Da hinten ist ein Raben aufgestiegen. Was zum Teufel? Alter, voll eine Blutung, ey. Wir müssen hier rüber. Über den Zaun. Und runter. Ich sehe das Mündungsfeuer. Vielleicht kriege ich sie. Ja. In die Richtung weiter geradeaus. Möglichst nichts triggern. Links von uns sind sie. Die schießen ja immer noch frei rum. Ich sehe das. Die sind dem Bounty hinterher. Das tun wir jetzt auch. Du bist hinter mir? Ich bin direkt hinter dir, ja. Ganz leise. Die haben sich nicht weiter bewegt. Entweder sind sie beide tot oder sie campen. Richtung 105. Okay, die liefern sich gefecht. Die Frage hat sich gerade beantwortet. Dann schnappen wir die, die sie angreifen. Das wird eine Überraschung. Man muss ja nicht immer fair bleiben. Schelle! Danke für die 100 Bits! Sau geil! Danke! I like it! Yes!